Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer Börse am heutigen Börsenmittwoch. Ja, Montag, Dienstag hat der Markt der DAX ja jeweils 1% abgegeben. Dabei sind wir natürlich auch unter die Unterstützung gefallen bei 15.550 Punkte. Aktuell, ja zur Mittagsstunde heute, da arbeitet sich der DAX wieder ein bisschen nach oben, aber nur marginal technische Gegenbewegung, wie wir das gerne nennen. Also 8 Pünktchen liegen wir da gerade im Plus. Wir nähern uns der Marke von 15.300, aber damit liegen wir immer noch unter den Unterstützungen. Es könnte durchaus sein, dass wir nochmal weiter abrutschen. Heißt also, jetzt in dieser Region wäre ein Abschlag von ca. 1000 Punkten bis auf das Märztief bei 14.458 Punkten durchaus möglich. Ja, was drängt, was drückt die Märkte klar? Die Inflation und die Zinsen und wenn wir in die Vereinigten Staaten schauen, da sah es bei DAO und Co. auch nicht wesentlich besser aus. Vor allen Dingen jetzt schaut man wieder mehr auf die US-Anleihen. Die 10-Jährigen bieten aktuell eine Rendite von 4,57% und bieten somit natürlich gegenüber den Aktien dann doch eine Alternative. Ja, das Thema Hire for Longer, das heißt nach wie vor hohe Zinsen und das für eine längere Zeit, das ist das, was momentan tatsächlich den Investoren auf der Seele brennt. Ja, hatte man gehofft, dass eventuell keine weiteren Zinsschritte mehr auf die Märkte zukommen, scheint das wohl Makulatur zu sein. Denn selbst Jerome Powell hat gesagt, er könnte sich durchaus vorstellen, nochmal einen Zinsschritt mit 25 Basispunkten nach oben zu gehen. Aktueller Zins in den Vereinigten Staaten 5,25 bis 5,5% und einer Zinssenkung hat er für dieses Jahr mal eine glatte Absage erteilt. Und allenfalls ab 2024 Juli dann allerdings auch nicht abrupt, sondern wenn dann langsam und gemächlich heißt also, wir müssen uns für eine längere Zeit tatsächlich mit höheren Zinsen dann halt eben nicht nur beschäftigen, sondern letztlich dann auch abfinden. So sieht es bei der FED aus und wesentlich anders auch nicht bei der Europäischen Zentralbank. Das heißt hier für die Eurozone. Naja, und das Ganze kommt natürlich logischerweise so oder so im Markt an. In Deutschland sieht es wirtschaftlich aktuell sowieso nicht gut aus. Die Stimmung liegt im Keller, muss man sagen. Zuversicht, Optimismus, das sucht man aktuell relativ wenig oder findet man wenig, muss man sagen, sucht man vergeblich, um es so zu sagen. Und dazu hatten wir heute noch die Konsumstimmung, die ja gemessen wird durch das GfK. Ja, und da haben wir gesehen, eintrübende Verbraucherstimmung. Ja, die Neigung zum Sparen scheint dann wieder größer zu sein. Da hat man Zukunftsängste. Da legt man lieber mal den ein oder anderen Euro zurück. Naja, bei der aktuellen Politik wohl auch nicht verwunderlich, dass die Menschen da tatsächlich verunsichert sind. Geht es doch auf der einen Seite immer wieder nicht nur um die Themen der Immigration, sondern vor allen Dingen natürlich auch um die hohen Energiepreise, wo keiner weiß, wo man da tatsächlich landet. Und auch letztlich die Unternehmen wollen ja planen können, wollen ja Sicherheiten haben. Und das natürlich auch im Energie-, im Stromsektor. Das sind natürlich die Herausforderungen der aktuellen Stunde. Ja, wenn wir ansonsten mal drauf schauen, wir haben nicht allzu viele Gewinner gehabt. Die Banken lagen heute oben, Deutsche Bank, Commerzbank. Klar, die Banken sollten ja dementsprechend dann auch von den hohen Zinsen profitieren können. Dann hatten wir noch Covestro. Die Aktie war heute gefragt, weil das Analysehaus Jeffreys den Kurs oder das Kursziel hier anhebt auf 60 Euro. Und die Aktie zum Kauf empfiehlt. Ganz weit unten klar, wenn wir eine solch schlechte Konsumstimmung haben, da liegt natürlich dann Zalando. Da hat man Ängste und Befürchtungen, dass der Quartalsbericht halt eben auch tatsächlich querhängen könnte. Und dass das Unternehmen halt eben durch die Konsum-Zurückhaltung, durch die Sparneigung natürlich dementsprechend weniger verdient. Aber auch Rheinmetall, Daimler, Truck, Fresenius, Deutsche Telekom lagen bei Zeiten unter den Verlierern. Ja, ansonsten haben wir heute noch Zahlen von Hornbach und von H&M. Hennes und Mauritz mit dem dritten Quartal, Hornbach mit dem zweiten Quartal. Sonsten steht heute für den Mittwoch allerdings nichts. An morgen, am Donnerstag und Freitag dann natürlich klar mal wieder Konjunkturdaten, die wir ins Auge dementsprechend fassen müssen. Ja, jetzt gilt es natürlich mal abzuwarten, wohin sich der Markt tatsächlich bewegt. Ob die Bullen hier das Zepter mal wieder in die Hand bekommen, ob wir tatsächlich Käufer in den Markt hinein bekommen. Weil damit sich der DAX halt eben dementsprechend nach oben stabilisieren könnte, sollte das nicht der Fall sein. Wie gesagt, da stehen uns dann ein paar Marken nach unten natürlich ganz klar offen. Das heißt zuerst mal die Marke von 15.000 Punkten nach unten. Aber wie gesagt, es könnte auch durchaus nochmal bis zum Märztief 14.458 Punkte gehen. Wir sehen uns dementsprechend dann mit meinem Montagsbericht, mit meiner Wochenvorschau. Klar, dann am Montag wieder.